Wie oft in der Woche wirst du denn kommen? Kannst du mich hören? Jetzt noch ein Foto. Sag Tschüss. Also ihr beide, das Management macht sich Sorgen um euch. Wie auch immer, sucht euch Jobs und zieht zusammen. Du hast das Magazin mitgewaschen. Kein Bock auf das Bewerbungsgespräch. Das ist ein Witz, oder? Dojo, unser Dealer, wurde gekillt. Das schreit nach Rache. Du kümmerst dich darum. Bei den Yakuza müssen auch Frauen ein angenehmes Arbeitsumfeld haben. Ist das dein Ernst? Es wird jetzt lecker, lecker. Es wird jetzt lecker, lecker. Ich habe echt schlechte Laune. Mach dich auf was gepasst. Wir töten diese Yakuza's. Oh, das Maschinengewehr. Was zum Teufel. Sean, kommen Sie jetzt! dich optimiert. Sehen Sie jetzt! Ich mache dich jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020